Komm, da müssen wir hin. Wer ist denn da? Die Tourette. Achso. Guckt euch das mal an, Leute. Alles voll, alles. Ist das nicht krass? Ja, ich begrüße gleich euch, weil ich muss erst mal auf den Klo gehen. Tschüss. Boah, ist das krass. Oh, 10 Minuten stimmt, ich muss die SD-Karte wechseln. Hallo Leute, erstmal zu einem neuen Video und zwar, ich zensiere dich, mein Freund. Einfach Maske drüber setzen, schon sieht man deinen Kopf nicht mehr. Vlog mit meinem scheiß Handy, man sieht es schon. Das wackelt wie scheiße. Ja, der Bildstabilisator ist hierbei mal wieder nicht vorhanden. Ich habe extra mein Stativ mitgenommen, damit das halbwegs okay aussieht. Boah, ich mag den nicht filmen, ey, da muss ich wieder zensieren, da habe ich gar keinen Bock drauf. Guck mal, die anderen Leute, die laufen hier öffentlich rum, die darf ich filmen. Guck mal, jetzt gleich kommt so ein Twitch-Streamer von denen. Der hat über, was weiß ich, 50 Zuschauer, so meint er. Ja, und der macht halt ein Foto mit und was bringt das, weiß ich auch nicht. Sag mal so, der ist auch den ganzen Tag da mit uns rumgelaufen, das war eigentlich ziemlich cool. Okay, ich würde da mal sagen, wir sehen, dass vielleicht dieser Twitch-Streamer da ist, dieser Professionelle. Krass, oder? Macht der Facecam? Boah, krass, ey. Der hat über 3.000 Follower. Über 3.000? Ja. Über 3.000? Aha. Ich klinge wie so ein Canucket-Lol. 2.000 Jahre später. 2.000 Jahre später. Oiei, 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 oiei. Hum sag, da war gleich. Instagram, da waren die einlautig mehr Geld mit Schinschaft jetzt. Haha. Ja, das fühlst du mir nicht an. Hast du das gemacht? Ich hätte so gerne mal eine Kamera, aber die ist am Arsch. Ich habe die zu krass rumgeschüttelt und da ist eine Technik drin am Arsch. Nö, die Linse da drin fetzt sich mal hoch. Das Bild bleibt sich einfach so eine Scheiße. Das Bild sieht so scheiße aus. Stell doch mal scharf. Gustav. Ah. Ah. Das Bild ist ein kleines Kind. Da kann jeder gewinnen. Oh, oh, oh. Da hat sie. Da hat sie. Das war echt ein kleines Kind. Du hast es jetzt ja genommen. Aber du kennst das natürlich nicht. Nein, Quatsch. Ey, ganz herzlichen Jungs von EDGA. Die sind so cool. Die schenken dir das Ding, okay? Willkommen auf der Grenze. Viel Spaß. Na ja, und ab hier haben mich eigentlich nur so verwackelte Rumlaufaufnahmen. Also ich glaube, das würde ich euch nicht antun. Deswegen beende ich hiermit jetzt das Video. Also ja, ich glaube, es hat euch gefallen. Und lasst ein Like, ein Abo da und Glacke aktivieren, wie ihr wisst. Also ich mache jetzt noch eine kleine Einblendung, wie wir da rausgegangen sind. Okay, dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.